Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um binäre Leitungscodes, eine Möglichkeit, wie ihr euren Bitstrom sozusagen auf eurer Leitung kodieren könnt. Ja, wie funktioniert das Ganze? Es gibt eigentlich nur einen wirklichen binären Leitungscode, der sogenannte Non-Return-to-Zero, also kurz NRZ. Ja, NRZ ist die Abkürzung dafür, soweit ich weiß. Und eigentlich ist das Ganze wirklich einfach. Ihr bekommt ja von der Schicht 2 einen Bitstrom gegeben. Das heißt, einen Strom an Bits, den ihr unbedingt auf eure Leitung bringen wollt. Also sagen wir einfach mal 0, 0, 0, irgendwie sowas, ja. Dann, was passiert, ist folgendes. Wir machen folgendes. Wenn eine 0 kommt, dann wird auf der Leitung eine 0 abgebildet. Wenn eine 1 kommt, wird auf der Leitung eine 1 abgebildet. Wenn noch mal eine 1 kommt, wird noch mal eine 1 abgebildet. Jetzt nicht gleich wegschalten, ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr, wenn ich euch den langweiligsten aller Codes erzählt oder erklärt habe. Und was wir hier haben, ist im Prinzip eine 0, 2 1en, 3 0en, 4 1en. Das wäre euer Leitungscode. Jetzt haben wir folgendes Problem und folgendes Szenario. Es wird unterschieden zwischen Datenrate und Bordrate oder Bautrate, wie man es schreibt. Ich schreibe das ganz kurz hin. Datenrate, dürfte jedem ein Begriff sein, wird in Bit pro Sekunde angegeben. In unserem Fall dann schon fast Megabit pro Sekunde, also Millionen-Bit die Sekunde. Und das zweite wäre die Bordrate. Das sind die Schrittwechsel pro Sekunde. Schrittwechsel, was meine ich mit Schrittwechsel? Naja, wir haben hier folgendes. Wenn wir hier von 0 auf 1 springen, dann ist das ein sogenannter Schrittwechsel. Wenn wir von 1 auf 0 springen, ist das auch ein Schrittwechsel. Jetzt haben wir aber hier 2 1en hintereinander, 3 0er hintereinander, 4 1en hintereinander. Das heißt, wir machen insgesamt gerade mal 4 Schrittwechsel, obwohl wir hier 10 Bits haben. Das ist nicht 4, das ist eigentlich gut. Wir wollen so wenig Schrittwechsel, die Sekunde haben, wie es nur irgendwie geht. Aber jetzt noch eine dritte Sache. Wir wollen einen Takt haben. Und diese Taktrate, die muss auch teilweise rekonstruiert werden können. Das heißt, wenn ich diese Bits hier losschicke, dann muss mein Empfänger sehen können, ah, das war jetzt gerade eine 0 und zwei 1en oder zwei 0en und drei 1en oder wie auch immer. Diese Taktrate muss auch wieder neu synchronisiert werden. Das bedeutet, ich muss anhand von meinen Bits, die übertragen werden, eigentlich wieder an meinen Takt kommen können. Man kann leider nicht alles haben. Die Datenrate hier ist super. Die Bordrate hier ist auch super. Die Taktrate lässt sich leider mit einem binären Leitungscode, also mit Non-Return-to-Zero, mit dem speziellen binären Leitungscode, ich schreibe das gerade mal hier hinten dran noch, Non-Return-to-Zero. Lässt sich diese Taktrate nicht wiederherstellen. Das heißt, wenn sie einmal verloren ist und ich zum Beispiel kurz neu anfangen muss oder zum Beispiel eine andere Datenrate habe oder sowas, dann lässt sich der Takt nicht mehr herstellen, also nicht wiedererkennen. Und das ist natürlich doof. Deswegen hat man sich andere Codes überlegt, die nicht binär sind, sondern zum Beispiel bifasisch oder sogar ternär. Ternär bedeutet, ja, ich erzähle euch das, wenn es um ternäre Codes geht. Ich glaube, wir machen hier tatsächlich schon wieder Schluss. Das war sozusagen der einfachste Code. Und es gibt leider nur einen wirklichen Code für binäre Leitungscodes. Deswegen, ja, war es halt schon wieder. Nächstes Mal gibt es ein bisschen mehr. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.